Ja, schätzte Damen und Herren, wie beim Bau auch hier etwas Unplanmässiges. Ich erlaube mir, schnell zwei Minuten zu stehlen. Und zwar hat so ein Bau auch immer etwas mit Know-how zu tun. Sie haben es gesagt, die Arbeiter an der Basis, das Know-how, die Fachkompetenz machen solche Kunstwerke aus. Wir als eine der Beteiligten haben uns daher überlegt, der Firma Roche als Andenken, ein Originalteil der Fassadenkonstruktion als Kunstwerk zu bereichern für das Know-how aller Beteiligten von diesem Bau. Wir haben da noch einen Spruch drauf gemacht, ich lese da das Wichtigste mal sehr schnell vor. Man kann ohne Zusammenarbeit nicht in die Höhe bauen. Aber man kann mit dem Know-how aller Beteiligten die Grundlage für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Im Namen der Firma Marty und wir, Meva Schaumsystem AG, als Partner der Firma Marty, überreichen Ihnen dieses Andenken und hoffen, dass Sie das an einem guten Platz im neuen Tower als Kunstwerk ausstellen. Danke vielmals und einen schönen Abend. Vielen Dank. Das bekommt selbstverständlich einen Ehrenplatz und vielleicht können wir das ja sogar brauchen bei einem unserer nächsten Hochhäuser. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.